Da spielst du mir zu. Hey, Lypicus. Lypicus ist Pelikan. Hey, Dragon. Lypicus ist Pelikan. Lila hat gerade gefressen. Ja. Lila hat gerade gefressen. Ja, richtig reingesnackt. Ja, dann. Richtig mies. Richtig frech. Ja, frechere Bauke, du. Hey, Lypicus, wie schmeckt es denn so? Lypicus, du hast gerade gefressen, du wurdest gesehen. Ja, in der heiligen Kiste. Hm. Gibt es irgendwo wo die ist oder bist du blind? Ich werde da nicht rauskommen, Lypicus. Du wirst fliegen. Ich habe nichts vor einer Kiste gemacht. Doch, du warst doch in der Range. Ja. Hä? Was ist eine Opferung? Was ist denn die Opferung? Was ist das jetzt? Ja, irgendjemand hat eine Davontage von den Bösen. Und jetzt muss einer fliegen. Ach hört, es haben wir entwickelt. Ach, und der Range läuft schnell. Irgendwer fliegt. Und warum ist ein Mango schon tot? Was müssen wir jetzt machen? Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen einen Opfer. Ja, wir müssen einen Opfer. Wir müssen jemanden voten. Warum? Ja, wen habe ich gefressen? Warum? 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 Warum?